Herzlich willkommen zur heutigen Wohnungsbesichtigung in einem wirklich einzigartigen Objekt. Ein Objekt, welches nicht nur durch die sehr, sehr schöne, ruhige und sonnige Lage besticht, sondern vor allem auch durch diesen sehr, sehr hochwertigen Charakter, einen Designcharakter, den man selten auf dem Markt findet. Zunächst einmal werfen wir hier einen Blick über unsere Terrasse und den Außenbereich, der nach Süden ausgerichtet ist, sehr, sehr sonnig und auch mit einer sehr, sehr schönen Ambientebeleuchtung bei Nacht versehen. Von hier aus geht es hinein über die große Terrassentüre in unserem wunderbaren Wohn-Essbereich. Ein wirklich auffallend einzigartiger Raum mit circa vier Meter hohen Decken im Loft-Stil ausgebaut, mit sehr viel indirekter, sehr dezenter, aber sehr schöner Beleuchtung und dieser offenen, modernen Einbauküche, die selbstverständlich im Mietpreis inbegriffen ist. Wir haben generell in dieser Wohnung sehr, sehr viel Stauraum durch die hohen Decken. Das wird sich gleich im Schlafzimmer nochmal zeigen. Man sieht also, es gibt einen wirklich offenen, schönen Wohncharakter, den wir hier haben und eben auch diese voll ausgestattete, sehr hochwertige Einbauküche. Und zunächst bewegen wir uns jetzt mal in Richtung Eingangsbereich der Wohnung, also der Bereich, über den man normalerweise die Wohnung betritt. Hier rechte Hand ist die Wohnungseingangstüre und geradeaus befindet sich zunächst mal das Gäste-WC, ein schönes, modernes und trotzdem gemütliches WC. Dann geht es geradeaus in unserem Arbeitsbereich, ein nettes Zimmer, ebenfalls sehr sonnig und damit als Arbeitsbereich natürlich wunderbar geeignet. Auch hier sieht man bereits die vollflächige und sehr hochwertige Einbaumöblierung, die viel Platz für Stauraum bietet. Zurück im Wohn-Ess-Bereich genießen wir zuerst mal nochmal den Blick hier in das große und wirklich einzigartige Rund. Beachte auch den schönen Parkettboden. Selbstverständlich sind im Außenbereich elektrische Jalousien und auch ein Sonnensegel. So, von hier geht es nun weiter in den Schlafbereich. Ein gemütliches Schlafzimmer, was nach hinten einen weiteren Ausgang hat, auf eine Terrasse, die beispielsweise in sonnigen und warmen Sommerzeiten sehr geschickt sein kann. Und wir schauen uns mal hier an, was für eine große Möblierung diese Wohnung hat. Tolle, vollflächige Einbauschränke bis unter die Decke. Nach oben kommt man dann auf die oberste Etage mit einer Leiter, die selbstverständlich hier in der Wohnung bereit liegt. Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick in das tolle Bad. Natürlich steht dieses der Qualität der Wohnung in nichts nach. Wir sehen linker Hand die bodentiefe Regendusche, geradeaus die Eckbadewanne mit Whirlpool-Funktion und natürlich das Doppelwaschbecken mit großer Spiegelverglasung. Und zu guter Letzt auch noch ein zweites WC in der Wohnung, sozusagen der Thron hier etwas erhöht. Zurück über unseren Badezimmerbereich werfen wir ein letztes Mal den Blick in unser Schlafzimmer. Hier steht dann das Bett an dieser Stelle. Und zurück geht es in unseren Wohn-Essbereich, mit dem wir die Besichtigung dieses wirklich absolut herausstehenden und sehr, sehr hochwertigen Objektes schließen. Doppel Whew qui Untertitelung des ZDF, 2020